Hallo, dieser Fall wird immer umfangreicher. Mittlerweile ist der Schriftsatz schon über 100 Seiten lang. Oje, kein Feierabend in Sicht? Schön wär's. Ich muss auf jeden Fall noch prüfen, ob meine Argumentation schlüssig ist und alles Wichtige enthält. Und bis ich das ganze Dokument durchgeschaut habe, das dauert. Bye bye Feierabend. Tja, dann würde ich an deiner Stelle das Word Add-In vom rdb-Link-Butler einsetzen. Word Add-In? Vom rdb-Link-Butler? Genau. Schau mal, ich zeig's dir. Damit wird dein Dokument, so wie in der Webapplikation, nach juristischen Zitierungen durchsucht und automatisch ein Verzeichnis dazu erstellt. Das kannst du dann auch als Dokumentation zum Fall ablegen. Und das funktioniert direkt im Word. Ja super, damit bin ich ja viel schneller fertig als gedacht. Dann wird's doch noch was mit Feierabend-Drinks. Gerne. Probieren Sie den Link-Butler von MANZ aus. Bis zum nächsten Mal.